Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hat er schon wieder so ein Grundsatz gemacht wie damals? Ja. Wenn die, dann können wir die Wolken doch. So, Raps einmal in den Hals rein. Es ist so dunkel, so schön wie beim letzten Mal Wärtenfotos nicht. Dafür habe ich ganz schöne Bilder von Kalki gesehen, jedenfalls für die Sichtverhältnisse.